So begann es. Damals. Zwolz und ich habt keinen richtigen Vater. Bank und Zeit! Bank und Zeit! Bank und Zeit! Und jetzt hinaus. Dahin, wo du hergekommen bist. Auf Wiederschauen, Matthias. Grüß Gott, Mutter. So, so. Kommst jetzt angekrochen. Schick's weg, du. Das ist dein Vermögen. Ja, was ist denn das? Na egal, es bringt Geld. Du lachhafter, du infamer Hochzeiter, du. Und wenn du in Gold gefasst wärst, lieber mit jedem Landstreicher. Lieber verhungern, lieber verrecken, als deine Visage über mir ertragen! Das du doch noch heimfinzt. Da hab ich schon ein bisschen geärgert, dass deine Studenten gar so wichtig. Aber nur jetzt bist du ja da. Du sag einmal. Sag einmal, was war zwischen euch? Alles. Was war das? Steinschlag. Um die Zeit? Ist doch die Sonne noch gar nicht da. Gib du mir meinen Sohn. Ich sag's ja. Gib ihn heraus. Gib ihn heraus. Ich bitte dich. Heraus den Brief. Gib ihn heraus. Wo ist der Brief? Altwart! Wo ist der Brief? Ich fand den Brief nämlich hinterher. Ich hab ihn noch nachgerufen, aber da waren sie schon weg. Und dann erkannte ich, warum der Brief ihnen so wichtig war. Dass das hier nichts ist, das hab ich doch schon als junges Ding gewusst. Und was ist denn mit dem Jakob? Was will er denn dasselbe, wie lange raus will? Aber es wird ihm ja gehen wie mir. Wird's nie schaffen. Es ist nie zu spät, Paula. Hilfe! Hilfe! Und nichts als die Wahrheit ausgesagt habe. Und nichts als die Wahrheit ausgesagt habe. So wahr mir Gott helfe. Die Tage kann uns keiner mehr nehmen. Die Tage kann uns in Deutschland nehmen. Doch ... Ich weiß nicht, dass Sie sind. Ihrarla chibern. Ich wirkliche. Ich weiß nicht, dass Sie sind.